Ich habe kein Geld. Was ist die Lösung? Ein großes, großes, großes Thema ist das Geldthema. Und du wirst vielleicht dich jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, ich habe kein Geld oder ich habe nie genug, ich habe zu wenig. Ich kann mir das nicht leisten. Geld macht nicht glücklich. Geld verändert den Charakter. Und so könnte ich noch ganz viele Glaubenssätze aufzählen, an die der Mensch wahrhaftig glaubt, wovon er überzeugt ist, das sogar ausspricht, es bewusst oft gar nicht mitbekommt, dass er so spricht, dass er so denkt. Und dieses Muster wütet in einem und löst immer wieder aus. Das heißt, erzielt immer die Wirkung, dass man kein Geld hat. Dass man zu wenig hat oder kaum hat man eines, verabschiedet es sich auch schon wieder. Das Geldthema ist ein sehr, sehr großes Thema. Und wenn ich dir und euch hier jetzt sage, dass bei den meisten Menschen das Geld an erster Stelle steht, dann kannst du mir das gerne auch glauben. Seit bald 25 Jahren bearbeite ich diese ganzen Themen. Geld, Partnerschaft, Beruf, Krankheiten, Nachbarschaften, Erbschaftsstreit, Scheidungen, Freundschaften, Familie, alles. Alles, was der Mensch haben kann, wo Blockaden sind, wo Probleme sind, Sexualität, alles. Denn ich sage immer, es ist egal, wie sich dieses Problem benennt. Alles ist Energie. Und Energie kann blockiert sein. Das heißt, wir haben keinen Fluss, keinen Energiefluss. Wir haben einen Energiestau. Wie bei einer Staumauer, wo sich das Wasser sammelt. Wo es gestaut wird. Wasser steht für Gefühle, Gefühlsstau. Es ist auch dieses Geld, das Energiefeldgeld, die Energiegeld, sehr oft mit dem Emotionalkörper verbunden. Gefühle. Das Thema Geld ist ein sehr, sehr großes Feld für Aufarbeitung. Verzweigt sich in alle Bereiche oft des Lebens eines Menschen. Wenn man auch sagt, ich habe nur ein Geldthema, findet man trotzdem auch in Partnerschaft etwas, im Beruf etwas, so wie am Konto, in der Sexualität, Elternthema. Denn die Geldenergie ist verbunden. Jetzt, das sind die Hauptfaktoren. Es gibt aber auch Nebenfaktoren. Und wie gesagt, nach so vielen Jahren weiß ich sehr wohl, vor was ich hier spreche. Ist verbunden, die Hauptfaktoren Vaterthema, die männliche Seite, das heißt die aktive Seite, die männliche Seite wie Vater, die Vaterenergie, Vater Himmel, Gottvater, die Schutz und Sicherheit gibt. Das heißt, der Mensch ist nicht im Urvertrauen, ist sich unsicher. Vaterthema, Sexualität. Sexualität, warum? Weil die Kundalini-Energie meist blockiert ist. Das ist die stärkste Kraft, die ist nicht im Fluss. Weil die Sexualität nur oft abgehandelt wird und nicht in Liebe gemacht wird. Sexualität ist Hingabe, Öffnung, weil wenn wir einen Energiestau haben, haben wir hier auch keine Öffnung. Das heißt, auch das ist blockiert. Dann das nächste Hauptthema ist der Selbstausdruck. Also wir haben hier auch wie das Halschakra dazu. Wie drücke ich mich selbst aus? Die Kommunikation. Und hier haben wir natürlich diese vielen negativen Glaubenssätze dazu. Und das prägt man sich dann wie Hypnose ein. Ich habe nie Geld. Ich habe kein Geld. Geld macht mich glücklich. Geld verdirbt den Charakter. Oder das Geld ist dämlich. Was auch immer. Und das geht auch so weiter wie diese blöde Stromrechnung. Und diese zahle ich dann auch noch für die Heizung so viel. Und schon wieder dieses Geld. Also immer muss ich Geld geben. Und keiner gibt mir was. Und meistens sind es auch die Leute, die in der Opferhaltung sind und die besonders gut, und das gefällt vielleicht jetzt nicht jedem, aber das ist aus 25 Jahren die Beobachtung von mir, die besonders gut jammern können. Ja, die in der Opferhaltung, im Jammern, ja, mit dieser Geldenergie verbunden sind. Das heißt, laut Resonanzgesetz, ja, du erhältst das, was in dir ist. Wenn du überzeugt bist, dass du kein Geld hast, wenn du überzeugt bist, ja, dass Geld nicht glücklich macht, wenn du überzeugt bist, ja, dass dich jeder ständig abzockt, übers Ohr zieht, dass du oder der oder das die Arme bist, ja, und die anderen, da kommt jetzt Neid und Gier dazu, die anderen haben ja mehr als ich. Gott meint es nicht gut mit mir. Ja, Papa, Mama und so weiter, ja, da spielt ganz viel rein. Also ich könnte dir jetzt wirklich einen ewig langen Bericht über Geld geben. Das ist ein massives Thema. Ich versuche mich jetzt aber kurz zu halten, denn eines kann ich dir empfehlen. Arbeite auf. Löse diese Blockaden, die sicher weit zurück in die Ahnenfamilie reichen. Vor allem in die, die auch Krieg erlebt haben, ja, denn da, wie hat es denn da mit Geld ausgeschaut? Die hatten sogar über Nacht plötzlich eine Geldentwertung. Stell dir mal vor, du machst das mit. Du wachst auf und erfährst dein ganzes Geld, was du überhaupt vielleicht noch hast, ist nichts mehr wert. Was sagt aber da das aus, ja, du bist nichts mehr wert, ja. Der Selbstwert ist nicht auf 100 Prozent, ja. Du trägst dich selbst hinunter. Du hältst dich selbst gefangen. Das sind so viele Faktoren, so viele Ursachen. Und weil das so ein riesengroßes Thema ist in der Menschheit. Ich werde dir gleich das Feld beschreiben. Das Energiefeld Geld. Und ich kann dir nur sagen, da wird einem übel. Und wenn du an dieses Energiefeld Geld angebunden bist, dann erhältst du auch ständig und stetig diese Energie. Das ist wie wenn ich mit einer Nabelschnur angebunden bin, ein Energiefeld, und darüber werde ich versorgt. Dann funktioniert es gar nicht. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dir zehnmal am Tag positive Sätze sagen. Ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Das machst du dann drei, vier Wochen, keine Ahnung. Es wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, es wird noch schlechter werden, weil du dann drauf kommst. Na, hab's ja gewusst. Nicht mal das schaffe ich. Neid, Eifersucht. Andere haben mehr. Mit mir meint man es nicht gut. Sind auch Faktoren. Immer auf die anderen starren. Immer das haben wollen, was andere haben. Diese Glaubenssätze, die ich dir genannt habe. Das Vaterthema, die Sexualität. Das heißt, es geht in die Partnerschaft hinein. Die Selbstkommunikation, das Selbstwert. Wert. Was ist was wert? Was bist du wert? Opferhaltung, jammern. Ständig in diesem Thema wühlen. Das heißt, ich bin fokussiert ständig auf Geld. Es hat den Stellenwert Nummer eins in meinem Leben. Und trotzdem lehne ich es ab. Das ist wie wenn eine Freundin, du willst, dass eine Freundin zu dir kommt. Die steht vor der Tür, läutet an und du machst ihr nicht auf. Oder das andere, du öffnest und sagst, ach Gott, du schon wieder, geh mal bitte. Dann sagt die, weißt du was, ich komme gleich gar nicht mehr. Oder ich komme nicht mehr, weil du machst mir nicht auf. Du sagst, ich soll kommen, aber du öffnest mir nicht. Öffnung, Sexualität, Hingabe, Empfangen, Geben und Nehmen. Müsste man da schauen, ist das im Ausgleich. Links und rechts, weiblich und männlich, Vater und Mutter. Männliche Energie, die aktive Energie. Das heißt, ich habe auch ins Handeln zu kommen und etwas zu tun. Man sagt ja so schön, man ist dann in der Fülle, wenn man seine Seelenaufgabe lebt. Da stimme ich nicht ganz zu. Denn wenn ich dann wieder Blockaden habe, was die Gaben betrifft und die Seelenaufgabe betrifft, dann kann ich die zwar ausüben und trotzdem könnten hier aber wieder andere Themen auftauchen. Da könnte ich ums Leben gekommen sein, weil ich die Seelenaufgabe ausübe. Das heißt nicht, es ist keine Garantie. Es ist ein guter Faktor, wenn du das tust, weil es dich ja zufriedener sein lässt, weil es dich freudiger sein lässt. Du hast eine höhere Schwingung und kannst dadurch natürlich mehr Geld anziehen. So ist es. Aber ich kenne auch genug Menschen, die ihre Seelenaufgabe gelebt haben und sind damit pleite gegangen. Aber gar nicht auch nur das Geld, sondern auch in dieser spirituellen Szene habe ich Kollegen und Kolleginnen, die entweder Selbstmord begangen haben, krank geworden sind, frühzeitig gestorben sind oder ins Burnout und Depressionen geschlittert sind. Also es ist nicht, das stimmt nicht, 100 Prozent, wenn ich meine Seelenaufgabe lebe, dann bin ich reich. Ja, da gehört ein bisschen mehr dazu. Thema Geld ist immer gut aufzuarbeiten, weil eben man in alle Bereiche auch da hineinkommt. Das Nächste. Was ist Geld? Geld regiert die Welt. Geld beherrscht den Menschen, die Welt, die Erde. Wer kein Geld hat, kann hier nicht überleben. Das ist der Planet, wo du bezahlen musst fürs Überleben. Stehe ich hier auf Kriegsfuß mit der Erde, mit dem Leben selbst und mit der Energie Geld, dann ergeht es mir auch so. Ja, dann gibt es Krieg in dir mit dem Geld. Dein Konto spiegelt dich wieder. Geh mal kurz in dich. Wie schaut dein Konto aus? Und das ist deine Lebensenergie und dein Selbstwert. Das ist der Spiegel. Da schaust du drauf und siehst, so und so viel bin ich wert und so und so viel Lebensenergie habe ich. Null oder Minus oder Plus. Und Geld ist ja deswegen so ein großes Thema, denn wegen dieser Energie, dem Geld, werden Menschen umgebracht. Lassen sich Menschen scheiden. Gibt es Familienkriege, Erbschaftskriege. Trennen sich Menschen. Mord, Totschlag. Alles wegen Geld. Scheidungen. Es wird gestritten, es wird gezankt, es wird betrogen, es wird belogen. Es wird gestohlen. Wenn über Nacht das Geld nichts mehr wert wäre, sage ich dir, die Menschen würden sich gegenseitig umbringen. Weil dann werden die Läden gestürmt, ja, wir werden essen oder was und einer würde den anderen stoßen, der andere würde den nächsten drüber laufen. Was auch immer, jetzt würde Chaos ausbrechen. Absolutes Chaos, die Banken würden gestürmt werden. Absolutes Chaos. Menschen wären nicht fähig, zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, was machen wir jetzt? Wie gehen wir gemeinsam weiter? Nein, nein, das würde nicht sein. Geld ist ein wirklich massives Thema. Und ich sage dir jetzt noch, die Energie Geld, göttliche Energie liebt dich. Und wenn die blockiert ist, ja, wie gesagt, kannst du machen, was du möchtest. Es wird nicht funktionieren. Da gibt es dann einige, die auch diese Fülle-Themen, ja, ich nenne das auch oft Fülle-Themen anschauen. Es kann zusätzlich noch sein, also wie gesagt, ich kann jetzt nicht alles hier sagen, ja, weil es so viel ist, wirklich. Da brauchst du wirklich jemanden, der den Überblick hat, der das alles sieht. Das ist wie ein Puzzlespiel, das sich zusammensetzt. Das ist auch nicht einfach mit einem Schnipp, einem Termin aufzulösen. Solange dieses Geldthema besteht, das geht meist bis in die Ahnen zurück, Mutter, Vater, Oma, Opa und so weiter. Ja, solange ist das auch aufzuarbeiten, ja, das ist oft ein Thema, das so festsitzt, das so missbraucht ist, ja, dass da einige Termine für das zu nehmen sind. Geht nicht anders. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich spreche nicht aus Ausbildungen. Ich spreche nicht aus Büchern, was wo steht. Ja, sowas interessiert mich gar nicht. Ich spreche aus der Arbeit, ja, mit Menschen selbst. Und das ist immer die beste Erfahrung, mit den Menschen selbst Themen zu bearbeiten, sage ich immer, dann kann man erst sagen, was Sache ist, ja. Und nicht das Gelernte umsetzen oder was wer mal gesagt hat oder was irgendwo in einem Buch steht, das wende ich mal schnell an, sprich drei Gebete oder irgendwas, ja, oder Anrufungen zu irgendwelchen Engeln und Außerirdischen. Es wird dir nichts bringen. Ja. Und weil da so viel drinsteckt. Und jetzt zum Energiefeld, das natürlich massiv groß ist, das sehr stark genährt ist. Und was ist in diesem Feld, Energiefeld drin, das wir allesamt aufgebaut haben? Und wenn du dann noch angenabelt bist, ja, und deine Ahnen und Familie und so weiter, dann geht es auch so weiter. Die meisten nehmen Schulden oder dieses Geld, dem wir ja mit ins Grab. Die sind das ganze Leben nicht wirklich reich. Also es geht ja hier nicht um Millionen, Milliarden, ja, sondern einfach all das zu haben, was du eben brauchst und keine Angst zu haben, in der Ruhe sein zu können, auszukommen. Und auch egal, wenn Erhöhungen im Außen sind, wie Stromerhöhungen, dass dir das nichts tut, ja, dass du so im Urvertrauen bist, dann ist es okay, es sind jetzt 300 nachzuzahlen. Ja, passt, kein Thema, kommen zu mir und dann bezahle ich das. Nehmen wir jetzt, ich habe dann noch etwas, was ich dir noch weitergeben kann. Dieses Feld. Dieses Energiefeld Geld. Das ist ein aufgebautes Energiefeld, ja. Die Energie Geld, die ist ja nicht drinnen, ja, die ist ja nicht so blöd und sagt, ja, ich gehe da rein. Nein, die Energie Geld, die ist neutral, ja, die ist da, die gibt's und es kommt auf jeden darauf an, was er damit macht und wie er damit in Verbindung ist und dementsprechend fließt die Energie oder fließt sie nicht. Aber dieses Energiefeld, das aufgebaut ist, ja, das künstliche Energiefeld, das durch das, was alles geschieht wegen Geld, ist Mord, Totschlag, Missbrauch, die Geld, Energie oder ja, dieses Feld, da ist der Missbrauch drin. Dieser Missbrauch ist einfach auch dieses Lügen, Betrügen, Abzocken, Grenzeüberschreitung, Schulden, Kredite, anderen nicht zu geben für eine Leistung oder ein Produkt. Ja, das ist Betrug und Mord, Totschlag bringen sich ja genug gegenseitig um, wegen dem, so ist es ja nicht. Krieg, wir könnten es jetzt auch übersetzen, die ganze Vernichtungsindustrie, ja, Rüstung, Farmer und so weiter, sind ja alle auf Geld aus. Ich denke, du hast es mitbekommen, dass die nicht für die Menschen da sind, ja, dass es uns gut geht, sondern da steckt ja eine Wahnsinnsenergie hinter diesen ganzen Systemen, Bankensystem, Gesundheitssystem, Politik, da ist ja was dahinter, ja. Kommt zum nächsten, Pornoindustrie. Also da gibt es einiges drinnen, was alles mit Geld zu tun hat, Erbschaftskriege und so weiter, ja. Dieses Feld ist riesengroß. Ich möchte da nicht drinnen sein, angenabelt schon auch nicht, ja. Und doch gibt es viele, die da dran hängen und auch Armutsgelübde abgelegt haben, Opfergelübde abgelegt haben, dementsprechend Seelenverträge haben, ihre Seele verkauft haben, ihren Körper verkauft haben. Also da ist ganz viel Missbrauch drin. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du da angebunden bist, ja, welche Energie dich nähert. Und das liebe Geld sagt dann, na, da gehe ich nicht hin, ja. Oder nur ab und zu schaue ich mal vorbei. Und das Nächste und das Letzte, was ich dir da jetzt dazu gebe, ist, und das klingt für viele, und da haben wir schon dann die erste Blockade, sollte dich das jetzt schrecken, Liebe, das Geld. Göttliche Energie liebt dich. Es geht hier um Energie. Es ist eine Energie. Du kannst dir auch vorstellen, es ist ein Lichtwesen zum Beispiel, wenn dir das Leber ist, und das steht vor dir, möchte dir die Hände reichen, und du missbrauchst es, du stielst, du zahlst deine Rechnungen nicht, du hast Schulden, du hast Vaterthema, Sexualität, rennt auch irgendetwas schief, ja, oder, ja, oder, ich arbeite das mal halt ab mit meinem Partner. Also alles, was so nicht in Liebe ist, du schimpfst auf das Geld, ja, du beurteilst es, das heißt, diese Rechnung, immer dieses dämliche Geld, schon wieder muss ich bezahlen, und hast einen Zorn darauf, eine Wut darauf, dann zieht sich diese Energie zurück. Und sagt, okay, sie will mich nicht, oder er will mich nicht, ich gehe. Okay, das brauchst du dir immer nur so vorstellen. Und jetzt gebe ich dir noch was, zum Beispiel, nehmen wir Stromrechnung, du kriegst die Stromrechnung, schau beim nächsten Mal, wie das für dich ist. Welcher Rechnung auch immer, ja. Dann erinnere ich dich daran, du hast etwas dafür erhalten. Du bekommst dafür Strom, du hast dafür Wärme, du bekommst dafür Wasser in deiner Wohnung, du hast dafür eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf, du bekommst dafür Gewand, du bekommst dafür auch zum Beispiel von mir Hilfe. Du bekommst irgendein Produkt, das du brauchst, du bekommst etwas dafür. Du erhältst etwas. Und da geht es jetzt darum, bist du auch bereit zu geben? Oder verausgabst du dich? Das kann man sich alles anschauen, um Frieden zu finden mit diesem Thema, um auszusteigen aus diesem machtmissbrauchten, kriegsführenden, dunklen, miesen Feld, könnte man sagen. Zurückzukehren zur Ur-Energie. Göttliche Energie liebt dich. Dich zu befreien aus den Fängen des Dunklen. Wo du auch Verurteilungen immer aussprichst und nicht siehst und das wertschätzt, was du dafür bekommst. Wenn zum Beispiel, das war ganz zu Beginn, war das der Fall, das ist jetzt nicht mehr, aber wenn Menschen sagen, was, das kostet was, heilen sollte gratis sein, fange ich gar nicht an mit diesen Menschen. Dieser Mensch hört einen Satz von mir. Würdest du für deinen Chef in deiner Firma gratis arbeiten? Aber diese Menschen verlangen es von anderen. Ich will alles gratis. Ich will alles günstig. Ich will alles billig. Am liebsten alles geschenkt. Und ich will das haben, was andere haben. Das ist keine gute Energie. Also schätze deine Rechnungen. Schau, was du dafür bekommst. Schau dir dein Konto an. Es ist ein Spiegel. Schau dir all diese Themen an, die da dran hängen. Dadurch bist du schwer. Schwer in der Energie. Schau dir deinen Selbstwert an. Ahnenfamilie, Mutter, Vater. Schau, wie ist in deiner Familiensäle überhaupt mit Geld je gewesen? Wie lange hat sich das bei jedem gezogen? Oder sind sie auch so ins Grab gegangen? Wie stehst du auch zu deiner Familie, zu deinem Partner? Sexualität? Selbstausdruck? Kommunizierst du und sprichst du auch fließend, locker, leicht deine Gefühle aus und bist die, die du in Wahrheit bist oder der, der du in Wahrheit bist oder betrügst und belügst du dich selbst? Ich kann dir auch empfehlen, es ist nur eine Empfehlung, daran zu arbeiten, vor allem, wenn du Schulden hast und auch vor allem, wenn du ein Mensch bist, der gerne jammert und vor allem auch, wenn du ein Mensch bist, der seine Rechnungen nicht sofort bezahlt. Du schaffst nämlich immer eine Lücke. Ich habe schon eine Dame gehört, die hat, ohne es mir zu sagen, sich von sich selbst aus selber ein Zahlungsziel gesetzt. Ich habe mal nachgefragt, wo ist bitte die Überweisung? Ja, man hat ja 14 Tage Zahlungsfrist und die 14 Tage hat sie sich einfach genommen, ohne mir Bescheid zu geben. sind aber genau die Menschen, die wegen jeden Termin jammern, die wegen jeden Cent jammern, die am liebsten das geschenkt haben, würden aber nie gratis selbst arbeiten, wollen ihr Gehalt am liebsten schon fünf Tage vor dem ersten, kleben an ihrem Konto, schimpfen, was das Zeug hält, jede Rechnung ist ja mies und die bekommen aber dann die großen Erhöhungen. Ja, die bekommen dann immer wieder irgendetwas, wo das Geld wieder wegfließt, weil das Geld, die Energie bleibt da nicht, die fühlt sich nicht wohl. Mit so einem Partner würdest du dich sicher auch nicht wohlfühlen, der von dir immer nur haben will und haben will und der Dinge macht, wo du gar nicht noch zugestimmt hast. Wenn ich kein 14-Tages-Zahlungsziel habe, dann hat man das auch nicht, sich einfach herauszunehmen. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Wie gesagt, Schulden, das erzeugt Lücken. Wenn du Lücken lässt zwischen das, was du erhältst und da sollte ein Rückfluss sein, ein Fluss sein für das, was du erhalten hast und du machst eine Lücke, dann fließt diese Energie in die Lücke hinein. Stetig, ständig. Ja. Und wenn du keine Lücken lässt und immer ein gutes Geben nehmen, schön im Fluss hältst, dann kann sich auch erst das Geld vermehren. Schaffe keine Lücken. Schau, dass du deine Schulden ausgleichst, ja, und bezahle deine Dinge sofort. Ich zum Beispiel habe noch nie in meinem Leben Ratenzahlungen in Anspruch genommen, keinen Kredit, gar nichts. Ich gehe in diese Energie nicht hinein. Ich werde auch nicht hineingehen und ich biete das auch nicht an, weil es bei mir diese Energie, ich möchte nicht, dass es das gibt. Es gibt schon bei größeren Beträgen, da kann jemand, wenn ich es sage, auf zweimal zahlen, aber noch innerhalb des Kurses. Nachher sicher nicht. Das sind aber Ausnahmen, die ich unter gewissen Umständen, aber da spreche ich auch mit den Menschen, gerne gebe. Aber das sind Ausnahmen. Sonst hat bei mir alles in dem Fluss zu sein. Ich habe eine Ordnung und diese Ordnung nimmt mir niemand. Und das empfehle ich dir, ja, ich hatte jetzt Geld die immer nicht, ja, aber ich bearbeite es, naja, ich sage zwei, dreimal die Woche locker, ja. Manchmal sogar ein paar Tage hintereinander mit einem Menschen, ja, dass die da schnell rauskommen, weil da hängt so viel dran. Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Und das Geld an erste Stelle zu stellen, ist auch nicht gesund, ja. Diese ganzen Geldthemen machen Menschen auch krank. Dann tragen sie es natürlich zum Arzt, ja, also wer das haben will, gerne, aber psychisch auch krank. Also es ist nicht, das darf man nicht unterschätzen, dieses Thema. Oder, ja, das, was halt da ist, von diesem Feld her. Selbst diese Energie, die tut uns nichts, ja. Die ist kein Thema, die kommt gerne, ja, wenn man sie empfängt, wenn man sich öffnet, wenn man sie empfängt, ja. Und dann gibt es noch diese Blockaden in den Füllethemen, wie zum Beispiel, man kann auch einmal in einem Vorleben etwas verloren haben. Das heißt, du hattest ein gutes Leben, hast da, weiß ich nicht, nehmen wir ein Beispiel, ja, was aufgebaut, ja, sagen wir jetzt ein Haus zum Beispiel, ja. Und plötzlich bricht ein Brand aus und alles ist in ein paar Minuten weg. Oder, du hast eine wunderbare Partnerschaft und plötzlich bricht ein, eine oder ein Dritter ein und plötzlich ist das weg. Warum sage ich jetzt Partnerschaft? Weil Sexualität ist Fülle, ja, Erfüllung, Partnerschaft ist genauso, bin ich erfüllt oder nicht. Das gehört alles dazu, sind nicht nur die Scheine oder die Zahlen, es gehört so viel mehr dazu, zu dieser Fülle. Und diese Schockerlebnisse, Trauma, das, wo man über Nacht alles verloren hat, es gibt genug Menschen, die über Nacht obdachlos werden. Oder jetzt durch die Überschwemmungen, ja, in ein paar Minuten plötzlich kommt Menge Wasser rein und dein ganzes Hab und Gut ist kaputt, ist weg. Nie wieder da. Neuaufbau. Für den Neuaufbau brauche ich wieder Geld, jetzt werde ich aber mal auf das Ganze zornig, ja. Und die sind Schock und Trauma, das, die festsitzen, die sitzen bis in die Knochen hineingehen, die, ja. Das heißt, das kannst du mal erlebt haben oder öfters erlebt haben im Vorleben und reagierst da drauf. Das heißt, du hast dir gesetzt, selbst gesetzt, ja, eine Absprache mit dir, einen Schwur, ja, oder einen Seelenvertrag. Wie auch immer du das nennen möchtest, nie wieder werde ich mehr haben, ganz wenig, nur damit mir so etwas nicht mehr passiert, ja. Das ist auch noch, das kommt auch noch dazu. Also, wie gesagt, ich könnte da ewig reden, da gibt es so viel. Und das ist alles aus der Arbeit seit x Jahren mit diesem Thema. Und trotzdem ist es noch einmal von Person zu Person, Mensch zu Mensch, Seele zu Seele, immer eine Spur unterschiedlich. Aber so Hauptfaktoren, die tragen da die meisten Menschen, die eben mit dem Thema Geld, ja, auf Abstand stehen, sagen wir es so. Und da empfehle ich dir, schau hin, denn es ist so. Es ist nicht richtig, Geld macht nicht glücklich. Man könnte sagen, dieses Thema macht krank. Das kannst du nicht wegschieben. Und mit dem Geld und mit den Banken wird hier noch einiges sein. Und da ist es gut, wenn man befreit ist, weil man sonst getriggert wird in seinen Themen. Und dann geht es einem noch schlechter. Desto teurer jetzt alles wird, desto mehr Krisenherde jetzt entstehen und kommen, desto schlechter geht es den Menschen bezüglich dieser Energie. Weil diese Energie, ja, wird jetzt noch mehr in den Fokus nämlich kommen. Also schau hin und tu es auch für deine Kinder. Denn meistens leben die Kinder, die Enkelkinder das weiter. Und können sich dann vielleicht nicht Schuhe kaufen oder Sonstiges, ja. Und es ist nun mal hier noch jetzt das Geld. Das ist so. Dann jeder, der arbeitet, will Geld, möchte Geld, soll es auch erhalten. Schau, dass du nicht alles immer, ja, auf Ratenzahlung, Schulden, Bitten, Betteln, günstiger, weniger, kann nicht, in drei Wochen. Schau, dass du diese Lücken schließt. Das ist nur eine Empfehlung. Und dass du das, was du dir nicht leisten kannst, noch lässt, ja. Dann kann man es eben nicht kaufen, so ist das. Du gehst ja auch einkaufen in ein Lebensmittelgeschäft, kannst auch nichts zahlen. Ich komme dann in drei Wochen und bringe ihnen das Geld. Ich nehme mal jetzt die Lebensmittel. Die rufen die Polizei. Aber man nimmt es sich oft gegenüber anderen Menschen, auch Freunden und so weiter heraus. Borg dir auch nichts aus. Schau, dass du deine Themen bearbeitest. Dann hast du das auch gar nicht mehr. Und dann zerbrichst du dir auch nicht ständig den Kopf. Es gibt Menschen, die das ganze Leben mit diesem Thema sich den Kopf richtig, ja, sage ich, zermarternd. Die kommen gar nicht raus. Das ist ein ewiges Thema, das sie mitschleppen. Also, die Lösung ist, schau hin, erlöse diese Energie, nabel dich da ab, befreie dich, löse Trauma, das und Schockerlebnisse auf. Auf Armutsgelübde, Opfergelübde. Wertschätze dich, wertschätze dich, wertschätze das, was du dafür erhältst. Liebe das Geld, sag danke zu den Rechnungen, danke für Wasser, danke für Strom, danke für Gewand, für Dachüberkopf und so weiter, für Essen. Dankbarkeit, Wertschätzung, Respekt, Respekt auch gegenüber anderen. Zahl deine Rechnungen sofort. Immer geben und nehmen, im Fluss halten, keine Lücke entstehen lassen. Die Lücke schluckt das, da läuft's rein. Gut, also, alles Liebe, ich begleite dich gerne, wenn du möchtest und ich wünsche dir alles Gute mit dieser wunderbaren Energie. Göttliche Energie liebt dich. Göttliche Energie.